hallo und herzlich willkommen zurück zu fifa 22 ultimate team jawohl ein letztes mal heute danach machen wir ein bisschen pausen mit fifa es ist einfach so dass ich zeitlich nicht hinkrieg beziehungsweise erstmal in frohes neues jahr natürlich wo man das wieder vergessen neuigkeiten score battles können uns abholen das ist sehr schön das machen auch gleich schönes neues jahr bleibt gesund viel viel glück an alle gute packs etc ihr wisst wie es läuft ja und ich dachte mir was das besser ist das display mit einem spiel gegen alfonso davis abzuschließen nein natürlich nicht wir werden das ganze heute schon machen jetzt die packs noch auf ist einfach so dass ich zeitlich im moment nicht anders hinkrieg und ich möchte mich auf die projekte konzentrieren wo ich wirklich ja wie soll ich sagen wo ich nicht nur gegen computer spiel sondern auch online spiel und es ist nun einfach mal nhl und es ist einfach mal madden ja nebenbei natürlich f1 pokémon geht auch weiter klar aber wie gesagt es sind generell mehrere änderungen die kommen fifa wird nicht komplett ausbleiben auf dem kanal wir werden fifa jährlich spielen das ist ganz normal aber aber ja es geht einfach nicht anders ich kann es einfach zeitlich mit arbeit und kokore nicht mal anders umbringen unter umbringen unterbringen deswegen muss ich einfach ein paar änderungen reinwerfen und ja die betreffen halt nun auch einfach mal fifa deswegen tut es mir leid ja was nicht heißt dass in zukunft nicht wieder irgendwie fifa fifa nochmal kommen könnte um himmels willen das kann schon durchaus passieren aber aktuell wird mal zurückgefahren das werden wird fifa aktuell auch eben ja eingestellt ist leider so genau so habe ich gesagt ich habe extra info video dazu gemacht einfach mal reinschauen da werdet ihr erfahren wie es weitergeht mit den ganzen let's plays und co kg ja ihr lesen wurde das ist leider so ist leider so genau so dann hat man das schon mal gemacht ähm ein pack haben wir noch ähm joa danni olmo wundervoll wundervoll duplikat klasse kann gleich weg nice genau joa zwei minuten 30 wie gesagt am besten ihr schaut die die generelle info folge da da erfahrt ihr mehr was sache ist auch zu den einzelnen let's plays wie es weitergeht joa genau einfach reinschauen vielleicht verlangt ich es auch unten im ding drin in den kommentaren müssen wir gucken wie man das hinkriegen genau deswegen sage ich finde einfach zuschauen schon v bleibt gesund und ja wie sehen uns dann das nächste mal wieder entweder bei fieber oder bei einem anderen let's play ich hoffe sehr bei einem anderen let's play erstmal aber ja bis dahin wir sehen uns flüten